Hi Fans, alles easy? Ich bin's wieder der Turbo Renni mit einem weiteren Video zu der Turbosounds App. Wie immer der Hinweis, schau bitte bei den Videos aufs Datum von wann das ist, vielleicht gibt es schon ein aktuelleres dazu. In diesem Video möchte ich dir kurz zeigen, was du in der Turbosounds App, wenn du hier unten auf das Zahnrad gehst, bei Einstellungen, was du in diesem Fenster einstellen kannst. Das sind also Globaleinstellungen oder Haupteinstellungen und die gehen wir kurz durch. Vom Fenster her, von oben nach unten, da steht Audio-Midi, das sind praktisch die Einstellungen für Audio-Midi, die sind aber die Überschriftszeilen, die dunkel eingefärbten und darunter gehören diese Zeilen praktisch zu Audio-Midi-Einstellungen und die gehen wir jetzt durch. Ganz oben hast du die Latenzzeit. Was ist eine Latenzzeit? Latenzzeit bedeutet, das ist die Verzögerungszeit, also die Zeitspanne, wenn du auf deinem MIDI-Instrument, zum Beispiel auf dem Akkordeon, eine Taste drückst, bis dann der Ton rauskommt vom Tongenerator, in diesem Fall vom iPad. Und das Ganze wird in Millisekunden gemessen, also nicht in Sekunden, sondern in Millisekunden. Und da hast du hier oben, müsste normalerweise standardgemäß 6 Millisekunden sein. Wenn du da drauf gehst auf diese 6 Millisekunden, macht wieder so ein Untermenü auf und da hast du dann die Einstellungsmöglichkeiten von 1,5 Millisekunden bis 93 Millisekunden. Also sind keine Sekunden, sind Millisekunden. In der Regel, 1,5 wäre möglich, falls du bei 1,5 Knackgeräusche hörst, Latenzzeit erhöhen, falls du bei 3 Millisekunden Knackgeräusche hörst, Latenzzeit erhöhen. Das hat ein bisschen auch was mit deiner Leistung vom iPad zu tun, also die älteren iPads haben keinen so schnellen Prozessorchip drinnen, da musst du wahrscheinlich die Latenzzeit erhöhen. Ich habe das getestet, also bei 6 Millisekunden, das merkt man wirklich nicht beim Spielen, also 6 Millisekunden ist so viel wie gar nichts. Ich habe damit keine Probleme, also nicht erschrecken, wenn du nicht mit 3 Millisekunden oder 1,5 spielen kannst. Ich würde dir generell empfehlen, stell einfach die Latenzzeit auf 6 Millisekunden ein, dass das übernommen wird. Einfach hier oben wieder auf die 6 Millisekunden gehen und dann siehst du da oben diese 6 Millisekunden. Kleiner Hinweis, diese Zahlen sind aufgerundet, wenn du jetzt zum Beispiel in der Session-Fenster bist, siehst du hier links oben unter dem MIDI-Lämpchen steht 5,8 Millisekunden. Das bedeutet, Latenzzeit hast du 5,8 Millisekunden, weil hier in diesem Fenster sind die aufgerundet, da haben wir 6 gemacht. Genau, dann gehen wir zum nächsten, zur nächsten Zeile, da steht MIDI-System, ist eigentlich auch selbsterklärend, da gehen wir jetzt einfach mal drauf auf diesen Pfeil da. Da macht wieder Untermenü auf, da sind die ganzen MIDI-Systeme aufgeführt. TOTA MIDI, TOTA MIDI, Limex, MPR 2, MPR 3, Limex, MPR 4, HDS MIDI, Blueline MIDI, Roland FR 1, 3, 7, 8, wobei die Roland FR 2 und 4 natürlich genauso funktionieren. Dann drunter haben wir Music Tech, Master MIDI und anderes MIDI-System. Anderes MIDI-System wäre zum Beispiel jetzt, wenn du das anhackst, zum Beispiel wenn du mit einem alten 3-Kanal MIDI spielst oder mit einem 100C MIDI spielst, genau. Du kannst es auch durchprobieren, sage ich mal einfach, weil es kann auch sein, auch wenn du jetzt eine Blueline MIDI hast, dass das vielleicht mit Limex, MPR 3 auch funktioniert. Das ist bloß so eine Richtlinie. Am schnellsten kennst du das natürlich, oder der Hauptunterschied von diesen MIDI-Systemen ist einfach die Belegung der Gitarren-Akkorde. Und am besten ist, wenn du dein MIDI-System weißt, zum Beispiel wäre mein Fall, dann wähle ich TOTA MIDI an, dann probiere ich kurz die Gitarren durch in den Sessions, also die Gitarren-Akkorde, ob die passen. Wenn die stimmen, dann ist alles okay. Ansonsten kannst du ein anderes MIDI-System durchprobieren und schauen, welche Einstellung für deine Gitarren-Akkorde passt. Falls keines dabei ist, bitte eine E-Mail schicken, dann werden wir die App natürlich nachrüsten oder umprogrammieren und dein System oder deine Akkorde dazunehmen, sodass jeder damit spielen kann. Genau. Und hier oben hast du noch ein I. Dann, wenn du drauf gehst, kommst du auf eine Seite. Da gibt es dann noch weitere Informationen einfach zu den MIDI-Systemen. Genau. Jetzt gehen wir wieder zurück. Somit haben wir dieses Fenster eigentlich abgeschlossen. Dann gehen wir zurück wieder in die Einstellungen. Dann haben wir diese nächste Zeile. Da steht MIDI-Controller erlauben. Und darunter steht die Beschreibung. MIDI-Controller und Programmwechsel werden ignoriert. Nur Noten werden befolgt. Es ist standardgemäß beim Kauf so eingestellt, dass der Schalter auf der linken Seite ist. Das hat den Vorteil, du brauchst keinen Controller, du brauchst keine Software, du brauchst überhaupt nichts, sondern die Turbosounds-App übernimmt die komplette Controller-Funktion. Also du kannst alle Funktionen von der Turbosounds-App steuern. Jetzt gibt es natürlich MIDI-Systeme, wie zum Beispiel Limex oder HDS oder BlueLine. Die haben ihren eigenen Controller am Instrument, den du eigentlich mit der Turbosounds-App nicht brauchen würdest. Aber wenn du sagst, ich habe mich so daran gewöhnt, ich möchte mit diesem Controller vom Akkordeon spielen, dann müsstest du hier diese Funktion einschalten. Und dann steht eh da, alle MIDI-Daten werden befolgt. Auch MIDI-Controller, Programmwechsel und Noten. Da gibt es aber dann noch ein eigenes Video dazu, weil dann müsstest du praktisch, kannst du die App nicht als Kontroll-App verwenden, dann werden diese Sessions nicht hier eingestellt, sondern von deinem Instrument aus. Und ich finde das eigentlich ein bisschen kompliziert. Also einfacher ist es, die ganzen Kontrollfunktionen von der App zu verwenden, weil, wie gesagt, du brauchst keine Software. Die App ist ganz einfach zum Einstellen oder Änderungen zu machen. Also ist eigentlich über 90 Prozent, oder eigentlich fast alle, verwenden hier diese Einstellung von der Turbosounds-App. Dann haben wir das nächste Feld, Balkdynamik anpassen. Kannst du eigentlich vernachlässigen in der Regel. Diese Funktion haben wir eigentlich überwiegend für die Roland-V-Akkordeons gemacht. Zur Information, selbstverständlich funktioniert die Turbosounds-App ganz normal mit Balkdynamik. Balkdynamik ist ja immer abhängig, also die App macht das nicht, sondern es muss in deinem MIDI-System verbaut sein, die Balkdynamik. Und wenn du Balkdynamik drinnen hast, kannst du mit der natürlich spielen. Ich selber habe die Balkdynamik ausgeschalten, hier und auch bei meinem TOTA-MIDI-System, weil ich spiele auf der linken Seite, wo der Bass, die Bässe sind und die Gitarren, also ohne Balkdynamik. Und auf der rechten Seite verwende ich, also für die Discount-Instrumente, ein Blueboard und praktisch das Volumenpedal. Damit steuere ich praktisch die Lautstärke von der rechten Seite und habe keine Balkdynamik eingeschaltet. Du kannst natürlich Balkdynamik verwenden, wenn du willst, wie du es gewohnt bist. Und zurückzukommen jetzt auf das Eigentliche. Diese Balkdynamik anpassen ist eigentlich nur für Roland-Instrumente relevant, wenn man hier drauf geht. Damit kannst du die Balkdynamik ausschalten, die Balkdynamik leise machen oder die Balkdynamik auf Mittel einstellen. Weil bei den Roland-Instrumenten ist es so, die hat Balkdynamik bloß aus und ein. Das heißt, es geht immer von 0 bis 127 und es ist vom Spielen her sehr irritierend oder sehr gewöhnungsbedürftig. Weil wenn du nämlich gar nicht anziehst, kommt kein Ton und wenn du ein bisschen anziehst, ist gleich volle L oder volle Lautstärke da. Und hiermit kannst du das praktisch dem Bereich eingrenzen, dass wenn du wenig ziehst, dass ein bisschen Ton wenigstens kommt, entweder leise oder mittlere Lautstärke. Genau, da gibt es aber dann auch ein Video, da kannst du mich dann einfach fragen. Aber in der Regel, wird gesagt, brauchst du dieses Fenster nicht. Okay, dann kommen wir zum nächsten, da steht MIDI-Bluetooth, da wenn du auf dem Pfeil drauf gehst, da erscheinen dann die Bluetooth-Geräte oder Verbindungen, was du eventuell hast. Ganz egal, weiß ich nicht, von anderen Apps oder so. Genau, ist aber in der Regel eigentlich auch selbsterklärend und brauchst eigentlich nichts unternehmen. Dann haben wir das nächste, das heißt Master-Effekt-Hall, wenn wir da drauf gehen, dann ist das standardgemäß so eingeschaltet als auf der rechten Seite. Das heißt, es ist ein Standard-Hall in der App drinnen, wenn du jetzt zum Beispiel, in dem Fall haben wir eine Trompete. Da gehen wir mal gleich mal auf diese Sessions, auf Bearbeiten, das zeige ich euch jetzt ganz schnell. Da ist praktisch der Standard-Hall. So ist er raus. So ist er drin. Also das ist so ein relativ kurzer Hall, weil oftmals, wie gesagt, ist ja weniger, ist oft mehr. Mit dem Hall, wie gesagt, da gibt es natürlich auch verschiedene Geschmäcker und Ansichten. Und wir haben da so einen neutralen, relativ kurzen Hall verwendet. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest einen eigenen Hall einstellen, einen speziellen, dann kannst du hier diesen Schalter nach links legen. Und dann, das machen wir jetzt nochmal, da siehst du, so ist es ausgegraut, da kannst du die Schieber nicht betätigen. Wenn du das rüber schaltest, kannst du diese Schalter bedienen. Und da kannst du jetzt die ganzen Hall-Parameter einstellen. Das sind ein bisschen Profi-Einstellungen. Da, genau, ich zeige dir jetzt bloß einfach mal, wenn man jetzt da oben den hernimmt und rausdreht, ist der Hall weg. Und hier kannst du den Hall-Anteil, also die Abklingzeit, das jetzt relativ lang einstellen. Und da kannst du halt alle Parameter einstellen nach der Reihe. Das ist ein bisschen eine Fuselarbeit. Wenn man sich nicht auskennt, würde ich sagen, lass die Finger davon und spiel einfach hier mit diesem Standard-Hall. Wenn du aber sagst, du mögst was anderes oder mögst es selber einstellen, kannst du das gerne hier machen. Falls du da nicht mehr zur Rande kommst und nicht mehr weißt, wo es eingestellt werden soll, gibt es von mir, ich habe so eine grobe Einstellung gemacht, gibt es eben auch ein Foto, wo du praktisch diese Zahlen, diese Werte einstellen kannst, dass du wieder auf einen normalen Wert kommst. Aber, wie gesagt, das war jetzt schon wieder ein bisschen im Profi-Bereich drinnen. In der Regel hast du das hier eingeschaltet. Im Standard-Hall brauchst du dich um nichts kümmern, brauchst du eigentlich nur hier in der Session praktisch den Hall-Anteil regeln. So, jetzt wieder zurück zu den Einstellungen. Genau, und der Hall, was vielleicht noch wichtig wäre, dieser Hall ist generell für die TurboSounds-App, also für die Sessions, für die Instrumenten in den Sessions und auch für den MIDI-File-Player. Da hast du den MIDI-File-Player, hast du ja hier auch diese Hall-Fader, also den Hall-Anteil. Und wenn du jetzt praktisch hier den Hall verstellst, dann ist der praktisch für die Sessions gültig und für den MIDI-File-Player. Okay, ich nehme aber jetzt meinen eigenen her. Der ist nämlich ein bisschen länger, der war auf knappe 5. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu den Einstellungen. Dann sind wir hier unten bei MIDI-Eingängen, ist eigentlich auch selbsterklärend. Wenn Netzwerk-Session 1 heißt, das ist praktisch, sobald du die TurboSounds-App ansteckst und eine MIDI-Verbindung oder ein MIDI-Interface hast, hast du ja hier, die wird intern das MIDI über die Netzwerk-Session weitergeleitet für andere Apps. Wenn du zum Beispiel, was weiß ich, Effekt-Apps oder Text-Apps oder sowas hast, dann musst du Netzwerk-Session 1 markieren. Dann drunter erscheint immer dein MIDI-Interface. In dem Fall habe ich jetzt das Alesis-Control-Hub angesteckt und sobald du das ansteckst, ist es auch angehackt. Wenn es jetzt nicht angehackt sein sollte oder keines davon, dann gehen wir jetzt, oder lassen wir mal die Netzwerk-Session und gehen wir zurück in das Session-Fenster. Dann hast du ja hier oben unter dem MIDI-Lämpchen, oder da siehst du das MIDI-Lämpchen, wenn du jetzt eine Taste drückst, an deinem Instrument kommt da nichts. Das kann auch eine Fehlerquelle ab und so sein. In der Regel ist es am markiert, aber wie gesagt, was ist schon normal. Falls jetzt das Lämpchen nicht geht, musst du hier dein MIDI-Interface anhaken. Und jetzt gehen wir zurück und jetzt drückst du eine Taste, dann hörst du einen Ton. Und wenn du kein Instrument angewählt haben solltest, wie in dem Fall hierzu, hörst du zwar keinen Ton, aber du siehst, dass die MIDI-Verbindung da ist. Genau, ich hoffe, dass du das verstanden hast. Da gibt es eh nur, bei den ersten zwei Videos ist das eh erklärt mit dem Lämpchen. Und hier sind nur praktisch die MIDI-Eingänge erscheinen hier. Netzwerk-Session 1 und Control-Hub kann man hier an- oder abwählen. Je nachdem. Genau, dann zur nächsten Zeile. Jetzt kommen wir zur Duett-Funktion. Da steht Zeitspanne. Das ist eigentlich am Anfang auch nicht relevant. Da gibt es ein eigenes Video dann dazu, weil wir ja mittlerweile drei Duett-Funktionen haben, also verschiedene Arten. Da habe ich dann ein eigenes Video gemacht zu dem. Jetzt kommen wir zu dem Nächsten. Das sind eigentlich auch selbst erklärt. Wenn du drauf gehst, kommst du auf meine Webseite. Wenn du auf dem Forum drauf gehst, kommst du ins TurboSounds-App-Forum. Da würde ich dich bitten, dass du dich da mal anmeldest oder dass du das einmal anschaust. Und auch deine Erfahrungen oder was du gemacht hast, reinschreiben kannst. Oder Tipps, zum Beispiel, was für ein MIDI-Interface du verwendest, welche Einstellungen oder so. Und da sind schon viele Anwender drinnen, die dir auch Tipps geben. Also da könnt ihr euch hier untereinander austauschen, zum Beispiel über welches Fußpedal, das man verwenden kann, welches MIDI-Interface und so weiter, welche Text-App und so weiter. Genau, es ist eine ganz interessante Sache. Damit nehmt ihr mir viel Arbeit ab, wenn ihr im Forum euch gegenseitig beantwortet. Ich bin natürlich auch dabei und schreibe auch um und sowas. Dann drunter kommt dieses E-Mail senden und da, wenn du drauf gehst, mach dieses Fenster auf und damit kannst du mir, also musst du online sein dazu. Ist klar, dass du das E-Mail verschicken kannst. Und dieses Fenster oder praktisch, wenn du mir über diese Funktion ein E-Mail schickst, hat den Vorteil, dass ich gleich sehen kann oder mein App-Programmierer, welches iPad du verwendest, welche Apple-Version du installiert hast, welche Turbo-Sounds-Version, das du oben hast, dann dein MIDI-Input, praktisch dein MIDI-Interface, was für ein MIDI-System du eingestellt hast oder du hast, dann die Latenzzeit. Und das wäre sehr praktisch, weil wenn du eine Frage hast, dann brauchst du mir das nicht schreiben oder wir brauchen nicht nachfragen, sondern wir wissen diese Daten schon. Und dann können wir, falls du ein Problem haben solltest, schneller reagieren und eine Lösung suchen. Genau, da gehen wir wieder auf Abbrechen, Entwurf löschen. Also wie gesagt, wenn du Fragen oder irgendwas hast zu der App, einfach am besten hier eine E-Mail schicken, musst du halt online sein, dann werden wir dir schnellstmöglich antworten. So, das nächste ist Turbo-Reine auf YouTube. Wenn du draufkommst, kommst du auf meinen YouTube-Kanal und das würde mich freuen, wenn du den abonnieren würdest, weil da gibt es immer ganz interessante Infos zur Turbo-Sounds-App, auch zur Oberkrainermusik oder Noten und weitere solche Sachen. Genau, dann der nächste Dings ist Turbo-Reine auf Facebook. Da kommst du auf meine Facebook-Seite. Dann haben wir hier unten die nächste Zeile. Da steht deine Version, also 1.12 in meinem Fall, in Klammer 187. Das ist die Versionsnummer. Einfach, falls einmal Probleme sein sollten, dann kann man da sehen, ob du die neueste Version oben hast oder ob du vielleicht ein Update mal übersehen hast. Genau. Dann die nächste Zeile, MIDI-Dateien in voller Länge spielen. Das heißt jetzt so, normalerweise ist in diesem integrierten MIDI-File-Player, den kannst du verwenden und ganz kostenlos und da werden halt die MIDI-Dateien bloß halb abgespielt. Und wenn du zum Testen, weil du kannst da alle Instrumente auch testen, mit dem drunter da alle Instrumente ausprobieren und das würde ich dir auch empfehlen, probiere einfach einmal alles aus in den Sessions oder in deinem MIDI-File-Player. Probier einmal alle Funktionen kostenlos durch. Und erst wenn du sagst, Mensch, das sagt mir zu, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du die Instrumente oder beziehungsweise auch diese Funktionen kaufen würdest. Und wenn du sagst, der MIDI-File-Player, der ist gut, den möchte ich verwenden, weil den kann man, der ist eigentlich gut, sehr gut zum Lernen, zum Verwenden und so und einfach um MIDI-Files abzuspielen, dann gehst du einfach hier auf Kaufen, da musst du dann deine Apple-ID, dein Kennwort eingeben und der MIDI-File-Player kostet 14,99. Dann kannst du deine MIDI-Files, die du gekauft hast von irgendwo in voller Länge abspielen. Gut, das druntere Fenster habe ich vorher schon ein bisschen vorgegriffen, alle Instrumente ausprobieren, alle Instrumente können 20 Minuten pro Tag kostenfrei ausprobiert werden. Bei mir ist das jetzt nicht verfügbar, weil ich schon alle drum habe bei dir, steht dann drauf aktivieren. Dann hast du die Möglichkeit, dass du im MIDI-File-Player alle Instrumente oder auch in den Sessions alle Instrumente von der TurboSounds-App einfach probieren kannst, so dass du nichts bezahlst oder nicht irgendwas kaufst, was du nicht willst. Probier es einfach ausgiebig aus und wie gesagt, ich hoffe, dass dir alles gefällt und dass du es dann nach und nach kaufst. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Zeile, da steht Käufe wiederherstellen. Es ist so, wenn du jetzt die App aus welchem Grund aus immer mal deinstallierst oder runterschmeißt und dann neu raufspielst, dann hast du hier die Möglichkeit, deine ganzen Käufe, also wenn du zum Beispiel schon mal ein Instrument gekauft hast, zum Beispiel die Framus AC10, hier einfach drauf gehen, dann läuft dir das Zahnrad, dann musst du deine Apple-ID eingeben, dann werden alle deine Käufe, die du jemals getätigt hast, von der TurboSounds-App wieder automatisch und kostenfrei natürlich hergestellt. Ganz wichtig zum Erwähnen ist es eigentlich auch noch, Apple hat ja diese tolle Funktion, also das wird automatisch registriert, das heißt, selbst wenn du jetzt eine neue Version draufspielst und deine Instrumente nicht da sind und du die wieder kaufen würdest und gehst auf Kaufen, erkennt Apple automatisch, dass du dieses Instrument schon mal gekauft hast, also du bezahlst für jedes Instrument nur einmal, das wissen manche auch nicht, aber das ist eine ganz tolle Sache, das heißt jetzt, wenn du jetzt die Framus AC10 kaufst, bezahlst du die einmal und hast eigentlich ein Leben lang, also so lange bis es weit runter geht, bis es Apple nicht mehr gibt oder bis es mich nicht mehr gibt, aber das sollte noch ewig dauern, genau, also hast du die eigentlich bis an dein Lebensende, stehen dir die zur Verfügung und das kannst du einfach mit Käufe wieder herstellen. Dann, was ich noch erwähnen möchte, was auch manche nicht wissen, bei Apple ist es so gemacht, wenn du jetzt das Instrument kaufst, hast du die Möglichkeit, dieses Instrument auf fünf verschiedenen Geräten, also du musst dieselbe Apple-ID haben von dir, aber du kannst es auf bis zu, glaube ich, fünf Instrumenten verwenden, das heißt, du kaufst dir einmal die AC10, die kannst du dann auf dein iPad laden, auf dein iPhone laden, auf dein iPod Touch laden, auf ein zweites iPad oder drittes iPad Pro, also auf bis zu fünf Geräten, du bezahlst jeweils nur einmal, also das ist ein Riesenvorteil, nicht wie bei früher, war es bei den Soundexpander so, da wird es dann reinkauft, was du immer neu bezahlen müsstest und da ist einfach ein Instrument, bezahlst du einmal und hast du dann eigentlich für immer. Gut, das habe ich jetzt seit langem geredet, die Käufe wieder herstellen, genau. Dann haben wir das Verbindung mit iTunes Store nicht möglich, das ist unwichtig für uns, dann kommt das nächste, Import-Export, hier hast du die Möglichkeit, das sagt es eigentlich eh schon, alle Sessions, die du angelegt hast, hier zu exportieren, das geht dann entweder über iCloud oder über Dropbox, kannst du die exportieren und mit dem Unten kannst du die Sessions wieder importieren, somit hast du die Möglichkeit, verschiedene Versionen abzuspeichern oder Einstellungen rauszuladen, also exportieren, zu importieren, kannst du auch MIDI-Files, die sind auch eingeschlossen oder separat auswählen, bis dann in einem speziellen Fenster gibt es eh ein eigenes Video, kannst du dann alles importieren oder exportieren, hat auch den Vorteil, du könntest zum Beispiel, wenn du jetzt am iPad deine Sessions gemacht hast und deine MIDI-Files alles zusammengestellt hast, einfach Sessions exportieren, einen Namen geben, Set Nummer 1 oder so oder das Datum dazu schreiben einfach und kannst dann mit dem iPhone, falls du ein iPhone hast und die TurboSounds-App droben hast, die ganzen kompletten importieren, dann hast du auf dem iPhone dasselbe wie auf dem iPad, also ganz eine tolle Funktion, aber da gibt es ein eigenes Video zu exportieren und importieren. Dann haben wir hier unten noch, zum Schluss steht Lizenzen, das ist eigentlich unwichtig für dich, das habe ich bloß rechtlich machen müssen, weil wenn ich da drauf gehe, erscheint hier Kontrabass-Image bei Fotolia, also das einzige Foto von den Instrumenten ist vom Kontrabass, das habe ich nicht original fotografiert, das habe ich verschlafen, da habe ich von Fotolia einfach ein Bild genommen und das ist praktisch die Bestätigung, dass ich hier die Lizenz bezahlt habe. Genau, soweit sind wir eigentlich mit diesem Einstellungsfenster durch. Wie gesagt, zum Loslegen ist bloß wichtig, MIDI-System einstellen, also Latenzzeit auf 6 Millisekunden einstellen, MIDI-System einstellen und der muss hier links sein, der weiße Schalter. Der Rest wird in anderen Videos erklärt und ist eigentlich auch teilweise selbst erklärend oder ist vorläufig nicht wichtig. Okay, ich hoffe, dass dir das gefallen hat. So lang, alles easy, der Turbo rein!